Filmgenuss für höchste Ansprüche liefert Ihnen dieser 3D-Media-Player von Auvisio. Filme können Sie direkt von der Speicherkarte abspielen. Alternativ schließen Sie eine externe Festplatte oder einen USB-Stick an. Die Schnittstellenauswahl lässt darüber hinaus mit HDMI, AV-Chinge, Komponenten Video und Audio Digital keine Wünsche offen. So genießen Sie im Handumdrehen Ihre Lieblingsfilme in Full-HD-Qualität. Ach und übrigens, aktuelle 3D-Filme spielt der Media-Player selbstverständlich in dreidimensionaler Qualität. Und die Brille dafür, die legen wir Ihnen gleich dazu. Auch Bilder oder Musik gibt der Media-Player tadellos wieder. Eine Diashow mit Hintergrundmusik in Endlosschleife ist ideal für Präsentationszwecke wie zum Beispiel im Wartezimmer oder Schaufenster. Einfachste Handhabung wird bei dem Media-Player großgeschrieben. Für den nötigen Komfort sorgt die mitgelieferte Fernbedienung. Kinofeeling für die eigenen vier Wände und das mit minimalem Aufwand. Dieser 3D-Media-Player verwandelt Ihr Wohnzimmer in ein 3D-Kino. Und dank seiner schlanken Maße sieht er auch noch super aus. Was will man eigentlich noch mehr? Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017